Hey, bist du soweit? Na alle durchgeladen? So, jetzt wird's ernst. Na klar, Digga. Nur noch ein paar Schritte und dann holen wir uns die Kohle. Überfall! Alle auf dem Boden. Da passiert noch niemandem was. Los, Kohle her. Das soll schon alles sein? Mehr haben wir leider nicht, Sir. Fuck. Wer war das? Ja, was machen wir denn jetzt? Warst du das etwa? Um Himmels willen, nein! Egal jetzt. Planänderung. Wir nehmen Geisel und verlangen ein Flugfahrzeug. Kommt hier raus. Die Bank ist umstellt. Niemals. Wir haben Geiseln. Wenn hier jemand missbaut, werden wir die abknallen. Wir wollen ein Fluchtfahrzeug. Ein Linienbus mit Fahrer. Dann fordern Sie diesen verdammten Bus an. Wir wollen keine Verletzte. Okay. Zentrale, Zentrale. Code Red. Wir brauchen sofort ein Linienbus mit Fahrer an der Bank. Beruhigen Sie sich. Der Bus ist unterwegs. Aber keine Tricks. So, jetzt alle aufstehen und keine Mucken machen. Ihr geht jetzt langsam in den Bus. Und wenn einer missbaut, dann war's das letzte Mal. So, jetzt alle aufstehen. So, jetzt alle aufstehen. Untertitelung des ZDF, 2020